Wir schauen mal kurz mal KuchenTV rein. Wurde uns sehr oft empfohlen, denn Leon Lorvlog bedroht mich, heißt das Video. Ich hoffe, wir sehen ein paar lustige Chat-Auszüge. Ich kann mir vorstellen, dass Leon Lorvlog vielleicht ausgerastet ist, weil Kuchen den irgendwie so in so einem Video runtergezogen hat oder so. Zurecht, weil Leon Lorvlog hat nur Scheiße klappert. Aber wir schauen mal rein, was Leon Lorvlog denn so von sich gegeben hat. Wie wurde Kuchen denn bedroht? Wir schauen rein, let's go. Jo, Freunde der Gewalt, ich werde derzeit so ein bisschen von Leon Lorvlog bedroht und wollte euch das einfach mal mitteilen. Naja, ich meine, zur Not kann ich auch einfach vom Rand der flachen Erde springen. Leon Lorvlog hat vor einigen Wochen ein Video hochgeladen, wo er über diese ganze Corona-Sache geredet hat. Unter anderem meinte er dort, dass man auf jeden Fall rausgehen soll, wenn die Regierung versucht, uns zu Hause einzusperren und dass man das Ganze ja auch nur macht, um uns die Freiheit wegzunehmen. Das Ganze war natürlich nicht allzu klug und ich habe dazu auch ein Kuchen Talks hochgeladen, was tatsächlich auch relativ viele Klicks bekommen hat. An sich war ja auch erstmal alles in Ordnung. Ich habe dann allerdings letzte Woche den Track Boykott Lorvlog gemeinsam mit... Ah, okay, okay. Er hat einen Track gemacht und dann... ...Wizzy hochgeladen. Wir haben dort nochmal komplett ohne Beleidigungen einen kleinen Diss-Track gegen Leon Lorvlog sein Werk veröffentlicht. Das Ganze war auch komischerweise jetzt über eine Woche komplett in Ordnung. Erst jetzt, über eine Woche später, hat er mich angeschrieben und mich halt bedroht. Ich werde euch hier mal einige Nachrichten zeigen. Angefangen hat alles da... Oh, ich sag euch, darauf habe ich mich schon ein bisschen gefreut. Wenn Leon Lorvlog so lustige Nachrichten verfasst wie Verschwörungstheorien, dann wird das ein gutes Video. Du wirst das bekommen, was du verdienst. Nein, nein. Ist das der echte Leon Lorvlog? Leute, die eine Leertaste machen und dann ein Satzzeichen. Und dann gibt es auch die Leute, die eine Leertaste machen und drei Satzzeichen. Wer? Warum schreibt man das so? Warum macht man das? Warum macht man eine Leertaste dazwischen? Und dann drei Ausrufzeichen. Jetzt mal ganz kurzer Retalk an alle von euch, die drei Ausrufzeichen irgendwo mal machen oder werden oder gemacht haben. Früher dachten die Leute, das hier steht für besonders aggressiv oder so. Du Hund. Aber das hier macht das Ganze einfach nur lächerlich. Wenn du jemandem schreibst, zum Beispiel du Hund, dann heißt es so du Hund. Du räudiger Köter, keine Ahnung. Wenn du jemandem schreibst, du Hund, dann sieht es einfach nur aus, als wäre es ein schlechter Scherz. Es sieht einfach nur lächerlich aus. Es wird dadurch nicht stärker, es wird einfach nur lächerlicher. Und das Allerdümmste ist, wenn du vor einem Satzzeichen eine Leertaste machst. Die einzige Ausnahme, die ich noch akzeptieren könnte, wäre, wenn du in einem YouTube-Titel eine Leertaste machst, weil du Angst hast, dass das Keyword nicht vernünftig getaggt wird. Aber wer in einem privaten Chat so schreibt, dem kann ich nicht mehr helfen. Dem kann ich nicht mehr helfen. Also wirklich, ich brauche mir gar nichts mehr anzugucken. Das ist einfach nur die pure Dummheit. Oh mein Gott, du wirst das bekommen, was du verdienst. Ausrufzeichen, Ausrufzeichen, Ausrufzeichen. Ey, das kann man nicht ernst nehmen. Aber man weiß, dass Leon das einfach ernst meint. Och, das ist, ich bin jetzt schon am Rande meines, äh, am Rande meines Triggers. Ich bin am Rande meines Triggers. Ja, das kann man schon als Drohung verstehen. Allerdings wurde es dann noch erst viel schlimmer und zwar mit der nächsten Nachricht. So, Kuchensohn, ich gebe dir bis 0 Uhr Zeit, deinen Drecksong rauszunehmen. Auf einmal kann er die, äh, Satzzeichen von 50 setzen. Der Kekko, Alter. Noch schlimmer, dass er eigentlich weiß, wie es geht und es hier falsch macht. Kuchensohn, ich gebe dir bis 0 Uhr Zeit, deinen Drecksong rauszunehmen. Sonst gibt's Konsequenzen. Oha, Digga. Jetzt wird's aber ernst, Alter. Jetzt wird's aber ernst. Was für Konsequenzen, was für Konsequenzen soll es denn überhaupt geben? Was für Konsequenzen soll es geben? KuchenTV ist schon entmonetarisiert auf seinem Hauptkanal. Es kann KuchenTV nicht noch schlimmer treffen. Er hat nichts, was er tun könnte. Außer Gewalt. Und ihn persönlich zu treffen und Gewalt auszunehmen. Und wer sowas macht, ist noch verlorener, als Menschen, die eine Lehrtaste unter drei Satzzeichen machen. Auszunehmen. Sonst gibt's Konsequenzen. Was er genau mit den Konsequenzen meint, kann ich hier allerdings nicht feststellen. Auch nach mehrmaligen Nachfragen hat er mir darauf keine eindeutige Antwort gegeben. Ob er mich jetzt schlagen möchte oder doch nur zum Anwalt rennt, das weiß ich nicht. Wenn man sich die Nachricht von ihm einfach mal so anguckt und gerade das Kuchensohn und Drecksong so liest, dann kommt mir das schon eher so vor, als wenn er nicht gerade zum Anwalt laufen wollen würde, sondern eher, als ob da Gewalt im Spiel ist. Ich verstehe das Ganze sowieso nicht. Also Kuchensohn wird ja nicht gerade positiv gemeint sein. Und mit Drecksong machst du auch noch unseren gesamten Track runter. Wieso das Ganze? Ich meine, ich habe weder deine Familie noch dich in diesem Song überhaupt beleidigt. Wir haben halt einfach nur Fakten vorgetragen. Wenn du mich ganz normal angeschrieben hättest und zum Beispiel gesagt hättest, jo, das und das stört mich, kannst du das bitte offline nehmen? Dann hätte man bestimmt eine Einigung gefunden. Aber so Bruder, da kannst du dir doch denken, dass ich den Song dann nicht runternehme. Wir haben dann nochmal ein paar Sprachnachrichten ausgetauscht. Die werde ich euch allerdings nicht zeigen, sondern er hat danach noch ungefähr 10 Storys gemacht. Und da sagt er unter anderem jetzt folgendes. Wo er Dinge, die wir eigentlich im Privaten, wo ich eigentlich im Privaten klären wollte mit ihm, in die Öffentlichkeit gezogen hat. Stimmt, du wolltest es ziemlich privat klären. Privat klären heißt für dich nämlich einfach, andere Leute zu bedrohen. Ich meine, wie krass du es privat klären wolltest, hast du mir ja auch in der Audio gesagt. Und auf deine Argumentation werde ich gar nicht eingehen. Ich habe dir gesagt, wieso, weshalb, warum. Bis 12 Uhr ist dieser Song offline, sonst wird es Konsequenzen geben. Alles, was du mit mir privat... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, ich habe ja schon jetzt gewusst, dass Leon lost ist. Also so richtig lost. Nach dem, was er da über Corona erzählt hat. Dass Leon so jemand ist, der guckt sich ein Video an von irgendeinem YouTube-Kanal der Scheißlabe. Und dann sagt, oh, ja, das hat er recht, das hat er recht. Ja, ja, da renne ich jetzt mal hinterher und glaube das so. Aber dass er so lost ist, das habe ich nicht gedacht. Was du klären wolltest, war im Grunde einfach nur, dass ich den Song lösche. Und zwar dadurch, dass du mich die ganze Zeit runtergemacht hast und mir mit Konsequenzen gedroht hast, weil du das Wort schlagen nicht aussprechen wolltest, weil ich dich ja sonst hätte anzeigen können. Inwiefern willst du es denn privat klären, wenn du da nicht mal auf meine Argumente eingehst, was ich sage, sondern einfach sagst, lösch das. Das ist kein Klären, Junge. Dass es einfach nicht cool ist, weil Lovelock, nochmal für alle Leute, die es nicht wissen, Lovelock ist mein echter Nachname, ja. Da steckt meine ganze Familie dahinter. Okay, es geht ja bei dem Track... Dann soll er sich im Internet vielleicht nicht so nennen, wenn er nicht seine Nachnamen als Angriffsfläche haben möchte. Wie kann man denn so dumm sein? Ähm, ja, du hast im Song Lovelock gesagt. Da steckt meine ganze Familie hinter. Ja, das geht nicht, das geht nicht. Track also darum, dass du... Lostlock, Alter. Lostlock. Lovelock mit Nachnamen heißt und wir dadurch deine ganze Familie in den... Oder Lovelost. Digga, das ist scheißegal. Der Junge ist Lostlost. Leon Lostlost. Track ziehen. Das Ganze ist aus mehreren Punkten einfach unklug. Als erstes ist es natürlich ganz eindeutig, dass dein YouTube-Kanal einfach Leon Lovelock heißt. Das ist halt einfach irgendwo trotzdem... True. ...dein Künstlername. Auch wenn du so vielleicht in echt heißt. Du musst doch von Anfang an wissen, wenn du einen Kanal aufmachst, dass auch Leute Leon und Lovelock gegen dich verwenden können. Vollkommen egal, ob das jetzt in irgendwelchen Kritikvideos ist oder halt in Rapsongs. Darüber hinaus sagst du, dass wir durch dieses Boykott deine gesamte Familie angegriffen haben. Ich weiß nicht, ob du den Track ein einziges Mal gehört hast, aber wir reden im gesamten Track vom Singular, dass du nicht ihr oder sonst irgendwas, sondern du. Es war maßgeschneidert auf dich. Beispielsweise in der Hook. Boykott Lovelock, denn alles was du redest ist Schrott. Oder auch, ich wünsche dir das Leben von Mock. Wir haben in dem Track nicht... Oh nein, das Leben von Mock wünscht mir aber keinem. Den ganzen Tag Pfannflaschen sammeln, Alter. ...sagt, ich wünsche euch das Leben von Mock. Oder denn alles was ihr redet ist Schrott, sondern es geht hier ganz alleine um dich in diesem Track. Allein in der Hook gibt es mehrere Stellen, die klipp und klar beweisen, dass der Track einzig und allein gegen dich geht. Auch im Track selber findet man nicht eine einzige Beleidigung gegen dich oder gegen deine Familie. Wir haben nur sachliche Lines gebracht, die nochmal dein Video inhaltlich kritisieren sollten. Beispielsweise hier. Das ganze Land hat deine Redensweise satt, aber sei mal froh auf jeden, den du fehlgeleitet hast. Auch da wieder ein klares Du. Es ist auf dich bezogen, nicht auf deine Familie. Okay, ich muss mich über... Der Einzige, der seiner Familie reinzieht, ist doch Leon selbst, indem er auch noch sagt, dass es sein echter Name ist. Niemand hätte gedacht, dass es sein echter Name ist. Also, das ist ja ein sehr, sehr seltener Name für den deutschen Raum. Lovelock ist ja eher ein englischer, amerikanischer, whatever Name. Also, Lovelock ist ja kein typischer deutscher Name. Niemand in Deutschland hätte erwartet, der ihn nicht persönlich kennt oder sich auseinandersetzt, dass es sein echter Name ist. Man denkt ja, ist irgendein Künstlername, hört sich gut an. Lovelock, okay. Ja, ja, alles klar. Er hat früher so Street-Umfragen gemacht. Passt, passt. Der ist doch der Grund, dass die Leute jetzt wissen, wie seine Familie in echt heißt. Also, Leon hat doch seine eigene Familie damit gebastet. Lostlock, Alter. Übrigens ganz kurz verbessern, wir haben Leon Lovelock doch zweimal beleidigt und zwar als Schwachkopf. Ist aber, soweit ich weiß, keine Beleidigung, die gegen die Familie geht. Im Video sagt er dann übrigens noch Folgendes. Und damit habe ich nicht ihn gedroht oder... Leon Lovelock, du bist in meinen Augen ein Lost Love. Du magst den... Du magst den Lovecock. Irgendwas. Ich habe ihm einfach nur gesagt, sonst gibt es Konsequenzen. Also, du hast mir gar nicht so wirklich gedroht. Naja, im Livestream einen Tag zuvor klang das aber noch ein bisschen anders. Ganz, 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 ganz sicher. Übrigens, ich bin demnächst auch in der Nähe von Braunschweig unterwegs, ja. Oh, shit, man, die Schweißflecki-Vibes, ja, ne? In der Nähe von... Tja, die Schweißflecki-Vibes. Man kennt ihn. Braunschweig unterwegs, ja. Vielleicht nehme ich Manuel diesen direkt mit. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du zu mir kommst, damit wir einen Kaffee trinken oder sowas. Das Ganze grenzt das Ganze schon so ein bisschen ein. Das Lustige daran ist ja eigentlich, dass Leon Lovelock selber vor ein paar Monaten eine Anzeige von Julian Zietlow bekommen hat, weil Flair in einem Interview über ihn geredet hat und seinen kompletten Namen sagte. Das muss man sich mal überlegen. Er kann die Anzeige natürlich überhaupt nicht verstehen. Ich meine, es war ja auch nur sein Name, der genannt worden ist. Aber wenn dann plötzlich jemand deinen Namen im Internet zeigt, dann bedrohst du ihn und er soll die Sachen sofort offline nehmen oder was? Was ist das denn für eine ekelhafte Doppelmoral? Das Geile ist ja auch, dass mir Leute aus seiner Bubble jetzt wirklich mit Gewalt drohen. Dein hässliches Kind, du Husserlund. Wenn ich dich sehe in BS, trete ich dir die Fresse ein, du Husserlund. Ich habe den Typen übrigens... In BS, in Braunschweig. ...unzensiert in meine Instagram-Story gepackt, atkuchenTV, also folgt mir da auf jeden Fall. Wer auch immer mehr die Adresse von diesem Typen geben kann, der bekommt 50 Euro, weil sowas möchte ich natürlich einfach zur Anzeige bringen, ganz klar. Folgt mir, atkuchenTV. Der Typ wohnt sogar in Braunschweig, also wenn ihr auch aus Braunschweig und Umgebung seid, dann schaut da auf jeden Fall mal rein. Ich finde das auch generell sehr, sehr lustig, weil Leon sagt ja, dass... Digga, was geht da eigentlich ab? ...dass ich seine ganze Familie beleidigt habe, was ja einfach faktisch mal nicht der Fall gewesen ist. Und seine Zuschauer, die ihn jetzt mehr oder weniger verteidigen wollen, beleidigen einfach meine gesamte Familie, ganz klar. Das sind komische Leute, um ehrlich zu sein. Aber das ist auch nicht das Einzige. Auch Gina hat wirklich sehr kritische Nachrichten gekriegt, die überhaupt nicht fit gehen. Ich bin Mieke, hebarme Mutter, nur acht Jahre älter... Okay, jetzt bin ich aber gespannt. Also, seine Freundin, oder seine Frau, ich weiß nicht, ob die Geirat haben, die gerade frisch Mama geworden ist, die mit der ganzen Sache nichts zu tun hat, bekommt Nachrichten. Okay. Als du bla 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 bla... Ich habe ein ernsthaftes Anliegen an dich und es ist dringend. Ich möchte mit dir unter Frauen versuchen, ein großes Drama zu vermeiden. Das war erstmal nur so der Anfang, dass man mal weiß, was bei dir abgeht. Es wird allerdings schlimmer. Was dein Mann gemacht hat, ist nicht kritisieren, sondern beleidigen. Okay, wo genau habe ich jetzt beleidigt? Also, das habe ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz mitgekriegt. Jetzt wird es aber erst richtig schlimm. Ich will alles lesen, ich will alles lesen, nee, ich will alles lesen. Ich will erstmal alles lesen, ich will erstmal alles lesen. Ich bin Mieke, hebarme Mutter, acht Jahre älter als du. Und so weit voneinander entfernt wohnen wir auch nicht. Zwinker, Smiley. Ich habe ein ernsthaftes Anliegen an dich und es ist dringend unangenehm, unangenehm, wenn Leute ein dringendes Anliegen haben. Da muss ich aber ganz schnell offline. Ich möchte mit dir unter Frauen versuchen, ein großes Drama zu vermeiden. Wir haben beide Kinder. Wayne? Boah, bin ich froh, dass ich keine Kinder habe, damit so eine Frau mich nicht anschreibt und diesen Satz hier droppt. Inger dich. Wir sind alle Brüder und Schwestern hier. Aus welcher Sekte ist die? Aber was der Vater von Noah nun gemacht hat, sein Video Boycott Loves Lost Lock, geht einfach gar nicht. Der Vater von Noah. Digga, was für Psychotanten sind das? Die seiner Freundin schreiben, der Vater deines Kindes. Oh man, das ist wirklich, das ist einfach nur Lost. Das ist wirklich Lost Lock. Love Lock ist eine ganze Familie. Eine wundervolle Familie. Ich kenne selbst die Mutter. Diese Internetspielereien sind der letzte Dreck. Klar hat Kuchen-TV. Wo jemals war ein TV zwischen Kuchen und TV? Okay. Nun, juhu, juhu. Mehr Klicks, Abonnenten. ETC. Digga, wer schreibt so? Wer schreibt so? Ich könnte kotzen. Allein schon bei diesem Text. Da schaudert es mir. Wer schreibt so? Sie ist acht Jahre älter als Gina. Weiß jemand, wie alt Gina ist, damit ich weiß, was für ein Mensch so schreibt? Es ist dringend. Ich möchte mit dir unter Frauen versuchen, ein großes Drama zu vermeiden. Das war erstmal nur so der... Uff, uff, uff. Der Anfang, dass man mal weiß, was bei dir abgeht. Es wird allerdings schlimmer. Was dein Mann gemacht hat, ist nicht kritisieren, sondern beleidigen. Es ist typischer Lil, Boy, Hip-Hop, Beef. Rap ist Respekt. Leertaste? A-Frage-Zeichen! Was soll die Scheiße? Ich rede von Respekt. Ich rede vom Respekt im Hip-Hop. Junge, wenn du von Respekt redest, dann sei so respektvoll und mach keine Leertaste vor einem Satzzeichen! Verdammte Scheiße! Respektlos sowas. Das ist respektlos. Wenn mir jemand so etwas schreibt, Block, direkt Block. Also das hier. Leertaste zwischen Ausdruck, Seichen und Freizeichen. Oder ein Punkt noch schlimmer. Wieso? Haha. Warum führt dir die ganze Selbstgespräche? Rap ist Respekt. Ich rede vom Respekt im Hip-Hop. Wieso? Haha. Ich sage dir hier ernsthaft, was du nachher für Scheiße am Haken hast. Ich kenne sowas aus Erfahrung. Wo? Wo sind wir? Wo sind wir? In welcher Gesellschaft leben wir? In welcher Gesellschaft leben wir? Was für einer Gesellschaft leben wir? Ich kenne sowas aus Erfahrung. Die hat auch schon früher YouTube-Briebs gemacht. Gegen Leon Lostlock. Und danach hat sie nur noch so geschrieben. Danach wurde sie unter Drogen gesetzt. Jetzt wird es aber erst richtig schlimm. 100.000 Leute... Natürlich hast du im Endeffekt damit zu tun. 100.000 Leute haben dich und dein Kind nun schon ausfindig gemacht. What? Okay. 100.000 Leute haben dich und dein Kind nun schon ausfindig gemacht. Also bis jetzt hat er ja nur komplett Müll geschrieben. Aber das hier geht ja absolut zu weit. Das hier ist ja komplett Stalker-Creep-Modus. Psycho. Absolute Psycho. Und da schon wieder. Daran erkennt man die Psychos. Ich sage es euch, Leute. Wer so schreibt. Leertaste. Satzzeichen. Das sind die größten Psychopathen in unserer Gesellschaft. Soziopathen auch. Ich will dir keine Angst machen. Wahrscheinlich schreibt sie erst. 100.000 Leute haben dich und dein Kind ausfindig gemacht. Aber sie will keine Angst machen. Oh mein Gott. Und sie ist Hebamme. Ey. Sie hat eben geschrieben, sie ist Hebamme und acht Jahre älter als Gina. Schreibt aber jetzt. 100.000 Leute haben dich und dein Kind ausfindig gemacht. Ich will dir keine Angst machen. Ich will dich nur realitätsbewusst schützen. Ich bin Hebamme und Mutter. Junge, wen interessiert das? Du bist wahrscheinlich die beste Mutter der Welt, Alter, wenn du sowas schreibst. Was dein Mann macht, ist euch in Gefahr bringen. Eure ganze Familie. Und jetzt einfach gar kein Satzzeichen mehr. Aber trotzdem wieder mit einem großen Anfangsbuchstaben hier beginnen. Triggering, Alter. Also, das ist wirklich Triggering. Dieser ganze Text. Weil er mit anderen Familien spielt. Das ist in der Szene nicht der Leon selbst. Das sind Leute, die sich... Oh mein Gott. Sie macht auch eine Leertasse vor einem Komma. Ganz kurz. Ganz kurz. Langsam atmen. Ich muss in mein früheres Leben zurückversetzt werden. Oh mein Gott. Das ist in der Szene nicht der Leon selbst. Das sind Leute, die sich selbstständig auf den Weg zu euch machen. Digga. Hunderttausend Leute haben dich und dein Kind nun schon ausfindig gemacht. Leute machen sich selbstständig auf den Weg zu euch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, da kann ich ja nur froh sein. Leute, ich kann ja nur froh sein, dass ich auf einer Insel lebe. Ich kann ja nur froh sein, dass ich auf einer Insel lebe. Und dass die Flughäfen dicht sind wegen Corona, weil sonst würden sich jetzt hunderttausend Leute auf den Weg zu mir machen, weil ich darüber lache. Über Leon Lost Lock. Oh mein Gott. Da kann ich ja nur absolut froh sein, dass ich hier in Sicherheit bin. Glück gehabt. Sonst hätte ich auch mein Leben aber sowas von Angst. Huf. Huiuiui. Gefährlich. Leute haben dich und dein Kind nun schon ausfindig gemacht. Was dein Mann macht, ist euch in Gefahr bringen. Eure ganze Familie. Weil er mit anderen Familien spielt. Was ich faktisch einfach nie gemacht habe. Das sind Leute, die sich selbstständig auf den Weg zu euch machen. Ich wünsche euch, dass ihr safe bleibt und auch, dass Papa... Sie hat das Coronavirus. Sie muss immer Abstand halten von Satzzeichen und Buchstabe. Ein Meter Abstand ist zu Sicherheit. Gina, Noah, ich wünsche euch, dass ihr safe bleibt und auch, dass Papa für Noah safe bleibt. Als Familienvater sollte man verantwortungsvoller sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das Video ist heftiger, als ich hätte es gedacht hätte. Ich dachte, es kommen so ein paar dumme Sprüche von Leon. Aber da kommt ja das Dümmste, was ich seit langem gelesen habe, wirklich. Das ist ja wirklich die pure Dummheit, die da spricht. Und so eine Frau aus Hebamme, boah, um Gottes Willen. Ich wünsche einfach nur jedem, dass er nicht diese Hebamme bekommt, wenn er irgendwann entbindet. Die wird dann so sagen, dieses Kind hier, schütze. Es sind schon 100.000 Leute auf dem Weg zu diesem Kind. Nimm es schnell, nimm es. Ich will dir keine Angst machen. Ich will dich nur realitätsbewusst schützen. Nimm dein Kind. Ich habe es rausgezogen, nimm es. 100.000 Leute sind auf dem Weg. 100.000 Leute. Rap ist Respekt. Wo ist der Respekt im Hip-Hop? Wieso? Wieso? Papa für Noah safe bleibt. Und dann am Ende noch eine schöne Verschwörungstheorie. Es gibt eine ganze Ärzteschaft, die Baseline-Studien zu Corona fordert, weil die Evidenzen der Zahlen so nicht stimmen. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alles klar, Bro. Das war es übrigens immer noch nicht. Außer dir noch den Tipp zu geben, dich erstmal in Leipzig aufzuhalten. Einige Leute sind nicht scharf genug und passen nicht genug mit Infos rausgeben auf. Im Braunschweig ist ein Dorf. Freunde von euch kennen mich. Die Welt war schon immer so klein. Wenn der erste Disstrack gegen Noah draußen ist, wirst du sicher anders auf die Sache gucken. Auch da... Warte mal was. Ich habe mich versucht. Ich habe es versucht. Mehr kann ich für dich und deinen Sohn auch nicht tun. Außer dir vielleicht noch den Tipp zu geben, dich erstmal in Leipzig aufzuhalten. Eure Leute sind nicht scharf genug. Eure Leute sind nicht scharf genug und passen nicht genug auf mit Infos rausgeben. Oh Gott, das ist ja absoluter Psychoterror. Digger, das ist ja ekelhaft. Also ich hoffe, diese Person bekommt eine dicke Anzeige. Wegen Stalking und Psychoterror. Auch da übrigens wieder das gleiche 50 Euro, wer mir die Adresse gibt. Das heftige ist ja auch, dass sie am Ende noch sowas gesagt hat wie... Ja, stell dir mal vor, dass ich mal deine Hebamme bin, wenn du mal wieder am Kranken... Stell dir mal vor, dass ich mal wieder deine Hebamme bin. Okay, das ist wirklich ekelhaft. Das ist wirklich ekelhaft. Mein Beruf hat oft was mit mir zu tun, sehr oft. Und stell dir mal vor, ich bin beim nächsten Kind der Hebamme unter deiner Geburt, wenn ihr wieder ins Krankenhaus geht. Und das ist wirklich, das ist ekelhaft. Du wirst dich dann selbst doof fühlen, dass du mich so angefratzt hast. Ich werde professionell bleiben, keine Sorge. Aber der Vibe kannst du dir vielleicht vorstellen. Oh mein Gott. Also es ist einfach nur creepy. Ich würde natürlich professionell arbeiten, aber der Vibe ist komisch. Das ist wirklich sehr vertrauensvoll, um ehrlich zu sein. Ich finde, das sollte der Arbeitgeber auf jeden Fall wissen. Aber gehen wir nochmal drauf ein. Angeblich kennen also seit gestern 0 Uhr, das war zu dem Zeitpunkt 8 Stunden her oder sowas, 100.000 Leute unsere Adresse. Obwohl vorher wirklich niemand wusste, wo wir wohnen. Wir haben ja bisher nicht mal aus dem Fenster gefilmt. Es gibt einfach faktisch gar keine Anhaltspunkte, wie man herausfinden kann, wo wir wohnen. Vor allem ist das auch wieder so lächerlich. Leon schickt jetzt halt irgendwelche anderen Weiber vor, die mit meiner Freundin diskutieren. Nicht mal mit mir selber, damit ich diesen Track lösche. Wir beide haben doch offensichtlich ein Problem. Dann klär das Ganze doch mit mir und schick nicht irgendwelche Leute vor. Aber auch nochmal, um drauf einzugehen. Braunschweig ist ein Dorf. Also es haben ungefähr Pi mal Daumen vielleicht 20 Leute meine neue Adresse. Und keiner von denen würde meine Adresse einfach so weitergeben. Das heißt auch das ist natürlich mal wieder eine reine Lüge. Was sie damit erreichen möchte, ist natürlich ganz einfach. Sie möchte Druck aufbauen. Sie möchte uns sagen, jo ey, ganz viele Leute kommen zu euch und jeder kennt eure Adresse. Einfach nur, damit ich einen Grund habe, dieses Video zu löschen. So dumm bin ich aber einfach nicht. Und ich meine ganz ehrlich, nehmen wir einfach mal an, ich werde jetzt tatsächlich von irgendwen zusammengeschlagen. Wie läuft... Guck mal, das Traurige an der Sache ist, Leon und diese Hebamme haben alles noch viel, viel schlimmer gemacht. Guck mal, dieses Video hier ist jetzt noch nicht so alt. Das ist von heute. Das ist zwei Stunden alt. Das hat jetzt schon 60.000 Aufrufe. Ich wette mit euch, dieses Video wird über 100.000 Aufrufe bekommen. Dieses Video wird über 100.000 Aufrufe bekommen. Gehen wir davon aus, ja? Ich habe es im Stream jetzt geguckt und es gucken gerade über 30.000 Leute, fast 40.000 Leute gucken gerade zu. Also haben es jetzt schon 100.000 Leute sozusagen gesehen. Und man hat jetzt noch weniger Respekt vor Leon, weil das so eine Bullshit-Scheiße ist, die da Leon abzieht mit seinen komischen Leuten. Aber jetzt kommt das Beste. Der Song, der Song, den er hochgeladen hat, gegen Leon, der hat unter 100.000 Aufrufe. Das heißt, hätte Leon zu diesem Song einfach nie mehr was gesagt, hätten es nur 94.000 Leute mitbekommen. Und davon gefeiert, so richtig gefeiert, haben es gerade mal 14.000 Leute. 14.500. Jetzt allerdings hat Leon das Ganze, das ist sogar nur ein 1.50-Track, also wegen 1.50 heute herum, jetzt allerdings, und ich habe den Track selber im Augenblick nicht gesehen. Das heißt, es haben wirklich deutlich weniger Leute gesehen, als jetzt das Video. Mit diesem Video hat es Leon viel schlimmer gemacht, weil jetzt sehen es nochmal viel mehr Leute. Und jetzt stellt sich Leon noch peinlicher dar, als es ist. Also hätte Leon einfach die Schnauze halten sollen oder hätte sagen müssen, hey, nicer Song, ja, was ich labere ist Bullshit. Oder, hey, jeder hat seine eigene Meinung, aber lustiger Song oder einfach gar nichts sagen. Sich selber ein bisschen auf die Schippe nehmen. Also, komplett dumm. Also wirklich, das war das Dümmste, was Leon hätte machen können. Absolut dumm. ... das Ganze dann ab. Naja, natürlich komme ich wahrscheinlich ins Krankenhaus vor ein paar Tagen, aber ganz ehrlich, ich bin privat versichert. Das ist so wie Urlaub. Dann habe ich ein paar Schmerzen, keine Ahnung, mehr wird wahrscheinlich eher nicht passieren. Dann werde ich die Person aber anzeigen und dann kriege ich Schadensersatz. Und selbst wenn das nur 1.000 oder 2.000 Euro sind, ey, das ist eine Menge Cash und das kann ich gut gebrauchen. Hat euch dann ja wirklich viel gebracht, mich zusammenzuschlagen, wenn ihr schlimmstenfalls sogar im Knast landet. Wow, ihr seid Intelligenzbestien. Wenn du mir einfach ganz normal und sachlich geschrieben hättest, was genau dich an dem Track stört, wo die Probleme sind, und wir vielleicht dazu auch einfach hätten telefoniert, dann hätten wir bestimmt eine Lösung gefunden. Und ich glaube, wir beide wären auch glücklich gewesen. Aber der Weg, den du gewählt hast, der geht überhaupt nicht weg. Also erstmal, dass du mich überhaupt bedrohst, ist schon mal ein absolutes No-Go. Dann bedrohst du indirekt auch noch meine Freundin, indem du andere Leute vorschickst, die mit meiner Freundin schreiben und ihr sagen, wie viel Angst sie doch haben muss. Und im Endeffekt wird da natürlich sowieso nichts bei rumkommen. Ich hätte sehr gerne mit dir geredet und wir hätten hundertprozentig auch eine Lösung gefunden. Aber ich lasse mich nicht so dämlich von der Seite an machen und bedrohen. Entweder man geht respektvoll miteinander um oder man lässt es. Auch im Endeffekt, den Song zu löschen, wenn es wirklich Gründe dafür gibt, wäre für mich überhaupt kein Problem gewesen. Erst vor ein paar Tagen habe ich zum Beispiel auch mein Video über Timo Kuhl auf meinem Uncut-Kanal offline genommen, weil der Typ mich angeschrieben hat und meinte, dass das für den Arbeitgeber nicht so cool ist. Das habe ich auch sofort gemacht. Gar kein Problem. Man muss halt nur respektvoll mit mir reden. Was sagt ihr zu den Ganzen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Wir sehen uns dann im nächsten Video, meine Freunde. Bis dann. Okay, thanks, bye. Okay, es war auf jeden Fall ein sehr interessantes Video und Leon Lovelock hat eine Sache absolut nicht beachtet und zwar den Streisand-Effekt. Also der Streisand-Effekt wird ein Phänomen gezeichnet, wodurch der Versuch, eine unliebsame Information zu unterdrücken oder entfernen zu lassen, öffentliche Aufmerksamkeit nach sich zieht und dadurch das Gegenteil erreicht wird, nämlich die Information einem noch größeren Personenkreis bekannt wird. Genau das ist es. Du versuchst, irgendwas zu unterdrücken, du versuchst, jemanden mundtot zu machen, du versuchst, irgendwas, das dürfen sich noch mehr Leute mitbekommen und jetzt kriegen es noch viel mehr Leute mit, weil er es versucht hat zu unterdrücken. Also herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, Leon Lostlock.